So play like a legend. Ah, let's play like a legend. Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Wie siehst du überhaupt aus? Drei Löcher habe ich noch. Drei Löcher. Das ist direkt. Mach keinen Scheiß mit dem Wasser. Kein Blödsinn mit dem Wasser, ey. 14. Kraft ist hier noch. Oh ja, Kraft ist hier doch. Ist ja gut jetzt, hallo. Wir wissen es doch, wir haben es doch verstanden. So interpretiere ich das, so. Oh ja. Oh ja. Oh, geil. Ich wollte schon sagen, er muss doch endlich mal, er muss doch einfach mal anfangen in die Kurve rumzugehen. die wir vorher gesehen hatten. Ach. Ach. Let's go to John Rahm. He's sitting there, just in that place. Der kann das auch. Der kann das auch, siehst du. Der kann das auch. Wo ist er denn? 8. Da ist doch Helga. Unser Schatz. Oh, Wind von vorne. Schräg. Schräg. Ja, ja. Das ist wieder. Bloß kein Scheiß machen, Neulstein. Bloß. Wir können nicht mehr. Ist scheißegal. Ah, guck. Ach, der muss ins Wasser, was? Der muss ins Wasser. Sag mal, der für ein Scheiß Schläger. Boah, schade um den Schlag, ey. Hm. Das ist ärgerlich, so was. Das ist ärgerlich. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. gutter Dunk gutter Dunk ach he's currently in the second position not much happening moving down the leaderboard never a good sign and now on the tee coming off a bogey I don't know Ich bin jetzt schon mal ein paar T-Shots. Ich bin jetzt schon mal ein paar T-Shots. Er drückt nach rechts. Das ist aber nicht viel, ne? Guckt mal da, wie er drückt. Ja, das ist doch ein Drogi. Das ist doch ein Drogi. So, hat's dem Flitjohn wenigstens gereicht. So, der hat ja noch aufgeholt. Wisse, der hat noch aufgeholt, aber wir haben's geschafft. Aber so knapp, ey. So knapp. Tja, so. Warte. Geld wäre mir lieber gewesen. Paar Schuhe haben wir schon. Weg. Weg plus nix. Wir haben, wie gesagt, wir haben alles perfekt. Gut. Lydia, wollen wir's versuchen? Vielleicht habe ich ja Glück. Und kann diese Strähne fortsetzen. Oder kriege ich auf den Sack. Entweder oder. Weil besiegen muss man dich ja. Sei dir ja nun mal ein bisschen mit meinem Stuhl aus. Festgewachsen, oder was? Da du ja nun mal unser Gegner bist, müssen wir dich ja besiegen. wenn wir weiterkommen wollen. 2K Sports and the PGA Tour are delighted to bring you the season long race for the FedEx Cup. We're at the John Deere Classic. An einigen Unterschied. Ich hab' ja schon gedacht, wir müssen den ganzen Dings nochmal machen, ey. So, Konzentration. Dann viel Spaß. Geht schon gut los. Und dann hiermit. Das ist jetzt jetzt in den nächsten girls auf die 외?. Denn Henny, was ihr sehen schon vor? Quiff hier von 1.45dr切. Und wenn ihr jetzt an was und da hierVAGE ANSEL suite Foundry einfach ein bisschen gebogen. mit der neuen oder b ist die zogolow reichwurzelt lernst holz an der seite wohl nach rechts meine ok das geht auch bleibt liegen so gut Wie viel Meter ist denn das? 6 Meter. 6 Meter. Die Gute ist auch nicht zu unterschätzen. Die Lydia. Ach, der Treckerkönig war es süß. Die Gute ist auch nicht zu schätzen. Die Gute ist auch nicht zu schätzen. Wenn Sie das machen, ein sehr gutter Zweck ist, wird die Gute und die Egalen. Finden die Trouble auf der Tee, und Sie finden die Trouble auf den Rest des Hohen. Don't fool Sie sich. Was eine Bedeutung, das ist ein. Pinch. die seconden holen tpc der unricht most players will go for this green into luke knock it on can easily make birdie maybe an eagle get a little careless missing to the left or the right from the green bars and bogeys er hat es war hat sie nicht so weit rüber und kommt überhaupt das drauf nicht runterrollen bitte nicht hat er wird nach dem ob es ist händel bürger 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 das würde fast drei war gucken 1 1 2 1 2 1 2 so so zu langsam zu wenig Kraft bestimmt hm 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 2 2 1 1 1 2 2 Ich liebe es, zwei in a row, he ist fühlen es.